Hallo und willkommen bei Deutsch-Podcast, ein Podcast zum Deutsch lernen, Deutsch verstehen, Deutsch verbessern und überhaupt alles rund ums Deutsche. Neben mir sitzt meine wunderbare Kollegin und Freundin Virpi. Ja, warum machen wir den Deutsch-Podcast? Ja, warum machen wir das? Oder warum können wir das? Ja, warum können wir das und warum machen wir das? Wir sind nämlich beide Deutsch-Dozentinnen und nicht nur das. Wir prüfen seit Jahren schon unterschiedliche Formate, Telk-Köte-DSD-Formate auf dem Niveau A1 bis zu dem Niveau C1 und wir wissen, wovon wir reden. Allerdings und dementsprechend bilden wir uns natürlich auch regelmäßig fort, prüfen und unterrichten davon nur mit einem Zertifikat oder mit vielen Zertifikaten. All diese haben wir und wissen deshalb, wovon wir sprechen. Und ja, wir freuen uns, dass du auch dieses Mal wieder zuhörst. Wir haben ja so ein bisschen die Struktur des Podcastes dahingehend geändert, dass wir ja jetzt immer auch intensiv Folgen einbinden. Das letzte Mal, also vor ja etwa knapp vier Wochen oder genau vier Wochen, nicht knapp vier Wochen, hatten wir dann das Format Wortschatzintensiv und heute ist es Grammatikintensiv. Oh ja. Und wir sind deshalb auf das Thema gekommen, weil Virpi nämlich gerade mit ihrem Kurs allerhand geübt hatte. Oh ja. Und da kamen wirklich ganz lustige Kombinationen heraus. Also ja, also da sind schon die Missverständnisse irgendwie auf den Weg gelegt. Und auf ist ein gutes Beispiel. Genau. Aber die Geschichte werden wir vielleicht später erzählen, dann ist sie lustiger, wenn wir alles erklärt haben, worum es geht. Ja, richtig, ja. Ja, wir können auch beginnen, also mit den Wechselpräpositionen. Also die Fragewörter solltet ihr unbedingt kennen. Wir haben einmal wohin oder wo. Oder noch woher. Oder woher. Und da geht's schon los. Ach, Deutsch wäre ja nicht so eine schöne Sprache, wenn es nicht immer Ausnahmen oder Regelungen gäbe. Das heißt, wohin ist in Bewegung. Also du kannst dir richtig vorstellen, ich gehe irgendwo hin. Das heißt, ich bin gerade dabei, mich zu bewegen. Und dann habe ich immer welchen Fall? Ja, du hast immer den Akkusativ. Und das ist dann natürlich besonders wichtig, wenn du Artikel hast. Also wenn der Artikel der ist, dann musst du ihn verändern zu den. Und deswegen sind die Artikel auch so wichtig. Ja. Wir können auch ganz viele Missverständnisse vermeiden dadurch, dass wir das richtig lernen. Genau. Also wenn ich zum Beispiel frage, wohin gehst du? Dann kann ich sagen, ich gehe in den Park. Also der Park. Also der Park wird mit dem Akkusativ natürlich zu den Park. Bei das und die musst du dir keine Sorgen machen. Beim Akkusativ bleibt das gleich. Ja. Also ich gehe in die Stadt. Genau. Und dann haben wir natürlich den tollen Dativ mit dem Fragewort wo zum Beispiel. Genau. Wo bist du? Ja, ich bin gerade im Park. Genau. Also in dem Park. Wird in plus dem, wird im. Und du hörst schon den Akkusativ dem mit M ist dann der Dativ. Aber es wird dann noch richtig lustig, weil die wird zu der. Und damit haben so viele Probleme, weil jetzt lernen sie die und auf einmal wird im Dativ die zu der. Also ich bin in der Stadt. Ja, die Stadt. Zum Beispiel. Ich gehe in die Stadt, dann bin nicht in der Stadt. Aber Achtung, du bist zu Hause. Oh ja, genau. Und du gehst nach Hause. Das ist tatsächlich eine Ausnahme. Ja. Ansonsten gibt es dann noch das und das ist dann auch im Dativ dem, indem ich zum Beispiel sage, ich bin im Kino. Genau. In dem Kino. Genau. Das Kino, in dem Kino. Wohin würde ich dann sagen, ich gehe? In das Kino. Oder man kann auch sagen ins. Ins. Also in plus das ist gleich ins. Aber vielleicht, sagen wir, das Problem ist natürlich bei einem Podcast, dass man uns nicht sieht. Und auch bei YouTube kann man uns sehen. Wir versuchen es vielleicht mal dann grafisch oder nicht grafisch, ja vielleicht irgendwie darzustellen. Aber ansonsten solltest du diese Präposition beherrschen. Und zwar, was sind die Wechselpräpositionen? Wir haben schon gesagt in. Dann haben wir auf. Über. Unter. Wir müssen abgucken. Ich kann, wir können uns das zwar merken, aber ich würde völlig durcheinander kommen. An. Und vor. Dann gibt es noch hinter. Neben. Und zwischen. Ein Tipp. Ich habe in der Tat die auswendig gelernt. Und das geht dann ganz schnell. Und die vergisst man normalerweise nicht. Heute ist es nur der Fall, dass wir hier sitzen. Und wahrscheinlich ist es diese innere Spannung und ja, das jetzt aussprechen zu können. Aber jahrelang habe ich das im Kopf behalten können. Also auswendig lernen einmal. Ja, naja gut, wir haben uns jetzt hier an einer Liste orientiert. Und wenn wir es, also wenn ich es hätte auswendig sagen müssen, hätte ich viermal angesagt und auf vergessen. Ja. So ist das. Und das als Muttersprachler. Aber auch das. Diese Grammatik, das ist so eine typische Grammatik, die man eigentlich wirklich nur lernt, wenn man auch also Deutsch als Fremdsprache oder Zweitsprache lernt. Weil das ist so eine Grammatik, Wechselpräposition. Das braucht man eigentlich beim Muttersprachler nicht. Die lernen das so automatisch und wissen halt eben, aha, wo ist Dativ und wohin ist Akkusativ. Deshalb wahrscheinlich hast du auch schon die Beobachtung gemacht oder die Erfahrung gemacht, wenn du Deutsche fragst. Moment, muss ich jetzt Dativ oder Akkusativ nehmen, dass sie einfach nur sagen, hä? Ja, genau. Weiß ich nicht. Mir auch egal. Das stimmt. Aber da fällt mir gerade ein, wo ist eigentlich mein Handy? Hattest du es nicht auf den Tisch gelegt? Ist es auf dem Tisch? Nee. Vielleicht ist es in der Tasche? Vielleicht ist es, ja. Ich habe gesehen, du hast es in die Tasche gelegt. Ja. Ich schaue mal gleich nach. Und auch hier hast du schon wahrscheinlich gehört, wie wirklich, wie schnell du umdenken musst zwischen Dativ und Akkusativ. Wo ist das Handy? In der Tasche. Wohin hast du es gelegt? In die Tasche. Genau. Und unser Glas oder mein Glas steht auf dem Tisch. Das heißt, hier haben wir auch wieder Unterschiede. Ich habe das Glas auf den Tisch gestellt oder ich stelle es, Akkusativ, Bewegung, aber... Ja. Und dann steht mein Glas auf dem Tisch. Da haben wir wieder den Dativ. Wo steht mein Glas auf dem Tisch? Ähnlich ist es mit legen und liegen. Oha, ja. Also legen, auch wieder Bewegung, Akkusativ. Ich lege das Handy auf den Tisch, aber... Aber mein Handy liegt auf dem Tisch. Schön ist es bei den Wörtern hängen oder... Was war da? Da war noch ein zweites, das muss ich auch nochmal nachnehmen. Nee, das war nur das Hängen. Siehst du, da kommen wir schon wieder durcheinander. Da ist es nämlich gleich. Also wenn ich zum Beispiel sage, ich hänge das Bild an die Wand oder das Bild hängt an der Wand. Und so kann man das einfach dann... Ja, genau. Und das ist ganz genau zum Beispiel mit der Lampe. Die Lampe hängt an der Decke. Oder ich hänge die Lampe an die Decke, wenn ich zum Beispiel gerade umgezogen bin. Ja, so. Das ist ja auch für den Umzug wichtig. Also ganz ehrlich, für den Umzug finde ich das richtig wichtig, weil man sich dauernd fragt, wo ist? Ja. Und wohin? Richtig. Wo sind die Unterlagen? Ja. In der Kiste, im Schrank, in der Schublade? Ja. Oder wohin legen wir den Teppich? Ja. Also ist das bei dem Umzug? Ja. Wohin soll der Kühlschrank gestellt werden? Natürlich in die Küche. Ist Bad. Auf den Tisch. Genau. Ja. Aber anders ist es wieder mit der Waschmaschine. So? Ja. Im Keller. Unser, genau. Aber gestern hatte ich wieder in einem Kurs, einmal steht, also hat eine Teilnehmerin gesagt, meine Waschmaschine steht in der Küche. Und dann die zweite hat gesagt, nein, bei mir steht die Waschmaschine im Bad. Und ich habe gesagt, nein, ich habe keinen Platz, meine Waschmaschine steht im Keller. Ja, also ich finde das ganz großartig und so wichtig, gerade für das Niveau, ich sage mal A2, fängt man ja mit diesen Präpositionen an, einfach genaue Sachen zu beschreiben. Wie sieht mein Zimmer aus? Wie sieht, oder ja, wohin gehe ich? Woher komme ich? Ich finde diese Wechselpräpositionen wirklich wichtig. Ja. Interessanterweise, ich weiß nicht, wie es dir auffällt, wird da immer noch auch auf höhere Niveaus, werden da Fehler gemacht noch. Allerhand sogar. Genau. Deswegen kannst du auch, wenn du das auf YouTube hörst oder dann kannst du natürlich auf Instagram uns erreichen, deinen Beispielsatz in die Kommentare schreiben. Zum Beispiel, wohin bringst du deinen Kühlschrank? Genau. Oder wo steht deine Waschmaschine? Genau. Oder wo ist deine Tasche? Sehr gut. Ja, was ich in meinem Unterricht immer mache oder, also ich muss sagen, ich habe dieses Spiel vor Corona gemacht, weil wir dafür alle etwas anfassen müssen. Ja. Nämlich meinen Schlüssel. Ich gebe meinen Schlüssel aus der Hand und dann muss man einmal den Schlüssel irgendwo unterbringen und kann dann eben sagen, ich lege den Schlüssel auf den Tisch und dann fragt man, wo liegt der Schlüssel und dann sagt die nächste Person, der Schlüssel liegt auf dem Tisch und darf dann wieder diesen Schlüssel weiterlegen. Ja. Das ist eine simple Übung, aber es ist eine gute Sprachübung, die du ganz einfach auch zu Hause machen kannst. Ja, vielleicht hast du noch jemanden, mit dem du das üben kannst. Genau, das ist ein gutes Beispiel. Jeder von uns hat einen Schlüssel oder ein Glas. Richtig. Und damit könnt ihr wunderbar üben. Also, nur zu, wir sind gespannt auf eure Kommentare oder schreibt mal, ob ihr das zu Hause oder ob du das zu Hause geübt hast. Und ja, ich würde sagen, wir verabschieden uns langsam. Ja, genau. In den Feierabend. Ja, richtig. Und es ist wieder so schön, dass du dabei warst. Und wir werden dann wieder uns in ein paar Wochen sehen und hören. Bis dahin, bleib am Ball. Und wenn du uns doch so arg vermissen solltest, schau mal in unserem Premium-Kanal vorbei bei Patreon. Wir verlinken dir das alles natürlich in den Shownotes. Du kannst unsere Premium-Folgen sehen oder wenn du noch ein bisschen mehr lernen möchtest, haben wir auch immer, ja, quasi zu einer Folge im Monat ein ganzes Arbeitsbuch für dich erstellt. Und in diesem Arbeitsbuch hast du wirklich zahlreiche Übungen zum Thema Grammatik. Du kannst Dialoge nachlesen. Redemittel, Wortschatz. Ja, auch Zusammenfassungen zum Beispiel eines Interviews, das wir geführt haben. Also, da gibt es eine ganze Menge zu entdecken. Und nicht nur das. Also, in jedem Arbeitsbuch stellen wir auch eine deutsche Persönlichkeit vor. Genau. Also, dass es das dann immer passend zu unseren Podcast-Folgen, wie gesagt, für Wortschatz-intensiv oder Grammatik-intensiv haben wir das, ich sag mal, noch nicht. Mal schauen, wie es sich entwickelt. Wir wollen das erst mal ausprobieren und sind da natürlich auch gespannt auf dein Feedback. Und ja, schau einfach mal rein. Ja, genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis bald. Ich habe gedacht, ich gehe heute noch ins Fitnessstudio. Oh, super. Und dann habe ich ja noch heute Abend die finnische Gruppe. Um die Mitternacht werde ich irgendwie im Hotel ankommen. Wow. Ja. Und so um ein Uhr kann ich auch ins Bett. Oh, ich glaube, also, ich bin mir ganz sicher, um ein Uhr liege ich schon im Bett. Und ich glaube, ich muss nachher noch in den Supermarkt. Ah. Und ansonsten bleibe ich zu Hause. Ja. Das ist schön. Ich weiß nicht. 丈夫-ist. Nichts. Vielen Dank.